So, wir haben hier die ECOFLOW DELTA 1300 Powerbank mit einem 110 Watt Solarpanel. Jetzt kontrollieren wir. Wir haben momentan eine 270 Watt Eingangsleistung. Hier ist noch etwas am Marieren. Die Sonneinstrahlung ist nicht perfekt im Moment. Direkt kann man miteruchen gehen. Es kann jeweils auch über 90 Watt Eingangsleistung geben. Gegen 94 Watt ist gemessen worden beim letzten Vorgang mit dem Solarpanel mit 110 Watt. Aktuell 31% Ladestand. Ich kann jetzt das Solarpanel noch etwas gegen die Sonne ausrichten und dann müsste die Eingangsleistung weiter ansteigen. Hier haben wir noch die einzelnen Stromausgänge, USB-A und USB-C. Und dann rückseitig haben wir viermal einen Euroausgang, zweipolig und auch noch den Fahrzeugausgang. Hier können wir jeweils mit dem Adapter umwandeln, auf das dreipolige Schwitzersystem. Beim Solarpanel ist es so, hier können wir die Packung selber brauchen. Und dann können wir mit dieser hier so einen Kickstand aufstellen. Und dann können wir das Pendel optimal zu der Sonne ausrichten. Ihr findet weitere Infos auch im Online-Shop unter www.muelleraltor.ch Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, eure Nachrichten oder auch direkt auf eure Bestellung. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 1 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.